Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, drei mehr und es wären eine Million pro Woche gewesen. Inzwischen kennt man uns. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Fugazi. Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles fehlende. War das alles legal? Natürlich nicht. Wir hatten so viel Kohle, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich. Was ist los, Daddy? Oh mein Gott. FBI, kann ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten? Nein, im Dienst dürfen wir nicht trinken. Logo. Wie genau funktioniert das? Auf der Scheibe ist ein Dollarzeichen. Und dann werden Sie dagegen geworfen. Sie bleiben kleben. Das ist Ihre Gabe, okay? Man kann Sie werfen wie ein Pfeil. Eins, zwei, drei. Stopp. Ist das sicher? Sicherheit geht vor, das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versagen. Komm, Sie. Oh. Ja. Ja.